Musik Ruhe, bitte, ich will kurz was sagen. Servus, ich bin da, hallo. Ich sieg's nicht rein, dass ich gegen alle bleue. Nein, geht's, wenn du bei dir drum bist. Ich bin groß genug. So, grüß Gott, die Herren und die Damen natürlich. Also, schön, dass ihr zu ruhig seid. Freut mich. Und zwar, meine Ansprache ist bloß ganz kurz. Ich war die letzten zwei Wochen nicht da. Mein zweiter Vorstand hat mich wirklich vertreten. Deshalb möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken. Der Herr Kandler hat den Band... Der Herr Kandler hat den Band so sauber, souverän das Kommando gegeben beim Aufstehen. Deswegen hat er dann die Führer des Anzapfers. Ich bin dabei fertig. Den Rest sagt der Tome. Also, grüß euch. Schön, dass ihr da seid. Ich wollte mich jetzt noch auf den Burschen freuen. Ich wollte mich jetzt bei der Familie Haas bedanken. Dafür, dass sie den Band gestürzt haben. Das war der erste Baum. Der Kipfel war dran. Dann wollte ich mich noch bei dem Schwarzen und Robert bedanken. Dafür, dass wir das so wieder in seinem Hof mehr dürfen. Dann wollte ich mich bei der Meri bedanken. Dafür, dass wir unsere Feierlichkeiten bei ihr auf dem Hof mehr dürfen. Dann bedanken wir uns beim Würzsans, dafür, dass wir den Klo-Wang auf seinen Hof steuern dürfen. Dann bedanken wir uns beim Ganter-Norwert, dafür, dass wir den Kühl-Wang auf seinen Hof aufsteuern dürfen. Dann bedanken wir uns bei allen, die beim Bullen dabei waren, vom Baum, beim Aufsteuern und beim Herrichten. Und bei der Feuerwehr bedanken wir uns, dafür, dass wir das Schloss abgesperrt haben. Und auf die Juste! Wir wollen ja mal ordentliche Busschern drücken. Und das ist einfach, wenn wir das Schloss sind. Wir wollen ja aber nicht sehen, damit wir bei der Feuerwehr, der Puffer ist nicht auch sehr lautetrieben. Wir wollen, damit wir nicht immer bei der Feuerwehr auslernen. Das ist einfach, dass wir dabei müssen. Ich muss davon mal sagen. Ich muss für die Abonnenten fangen. Wenn wir uns immer wieder zu machen. Wir wollen wieder nur noch mal 4 Hände können, wir können nicht alles machen vielleicht, da wollen wir zu sehen. Das ist ein Abonnenten, das ist wie der Busschen-Berein, das ist ganz toll. Aber damit ist ein Abonnenten. Wir wollen einfach ein Abonnenten, das haben ein Blatt über uns. Dann können Sie da bedienen, solange was da ist. Und dann gibt es auch noch einen Räumran. Also einen guten Appetit. Bleibt zu lange hochgegangen. Habt den Spaß. Prost! 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 Verband wurde es für einen Hartenstabend Corporation. Sie oppziehen sich an die manchen. Die Abwechern schon. Ich nehme auf einen Rätten. Er macht den Waffen- und Naar-Erkopf. Der Inge-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-eich-Eich-Eich-Eich. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020